Herzlich willkommen. In dieser Lektion sprechen wir über das wohl einfachste Wachstumsmodell, das Ihnen in der Biologie begegnen wird. Und zwar sprechen wir über zwei Arten, das exponentielle Wachstum zu beschreiben. Nämlich einmal in Form eines diskreten Modells und dann auch danach mit einer Differenzialgleichung. Und ich werde auch was dazu sagen, wann welches Modell angemessen ist, um ihren biologischen Zusammenhang zu beschreiben. Gucken wir uns zunächst mal zur Motivation ein Beispiel an. Angenommen, wir haben eine Population. Sagen wir vielleicht einführend, wir haben eine Population von einjährigen Organismen. Und es könnten zum Beispiel einjährige Pflanzen sein. Und es gibt 30 davon. Wir haben also die Population ausgezählt. Wir wissen, es gibt 30 Individuen dieser Population zum Zeitpunkt der Feststellung. Und wir wissen außerdem aus der Biologie dieses Organismus, dass die Organismen, die im Moment da sind, im nächsten Jahr nicht mehr da sein werden. Aber natürlich werden die Nachkommen da sein. Und pro Individuum, was jetzt existiert, werden im nächsten Jahr zwei Nachkommen hinzugekommen sein. Also das heißt, im Durchschnitt hat jedes Individuum zwei Nachkommen. Das ist natürlich schon die erste Abstraktion. Es ist natürlich in Wirklichkeit so, dass nicht jedes Individuum Nachkommen hat. Und das andere dafür vielleicht mehr. Aber im Durchschnitt hat jedes Individuum zwei Nachkommen. Und dann beginnen wir also mit einer Population, die wie gesagt im Jahr N, das ist also unser Ausgangsjahr, 30 Individuen hat. Und wir wissen, es kommen pro Individuum zwei hinzu. Und die in unserem Ausgangsjahr lebenden Individuen sterben ab. Dann ist also die Frage, die erste Frage, die wir uns stellen wollen, wie viele gibt es dann im nächsten Jahr? Ja, das können Sie noch ganz einfach, denke ich, im Kopf ausrechnen. Und Sie wissen auch sofort, was zu tun ist. Also wir wollen dann die Population im Jahr Xn plus 1, also im nächsten Jahr, angeben. Ja, das sind doch offensichtlich 2 mal 30, weil wir für jedes Individuum zwei Nachkommen haben. Und das Individuum, das diese Nachkommen hat, stirbt. Also haben wir im nächsten Jahr 2 mal 30, also 60. Und wenn wir jetzt noch weiter rechnen wollten, könnten wir auch das Jahr Xn plus 2 ausrechnen. Dann würden wir also wieder ausrechnen 2 mal unseren Ausgangsbestand. Dann hätten wir also 2 mal 60. Dann hätten wir also im dritten Jahr unserer Betrachtung 120 Individuen. Und ich denke, der Ansatz ist klar. Schauen wir uns das Ganze mal in Form einer Gleichung an. Es ist doch also offensichtlich so, der Bestand in jedem nächsten Jahr, also der Bestand im Jahr Xn plus 1, ergibt sich immer aus dem Bestand im Jahr N, multipliziert mit dieser Wachstumskonstante, die sich eben aus der Biologie des betrachteten Individuums, der betrachteten Population, ergibt. Also R mal Xn ist die Population im nächsten Jahr. Und wir können jetzt von diesem konkreten Beispiel natürlich auch verallgemeinern, soweit das eben anwendbar ist. Wir können auch einfach sagen, wir lassen die Annahme fallen, dass die Individuen zu einem bestimmten Zeitpunkt Nachkommen haben und dann sterben. Wir können auch einfach sagen, die Größe der Population im nächsten Jahr soll sich, wie auch immer das biologisch vonstatten geht, aus der Größe der Population im aktuellen Jahr mal R ergeben. Also die Population wächst zum Beispiel jetzt hier bei unserem Beispiel mit einem Faktor 2, was natürlich ein sehr großes Wachstum ist. Aber wir könnten hier auch irgendwas anderes haben. Die Population könnte auch schrumpfen. Und wir könnten zum Beispiel haben, die Population im nächsten Jahr ist eineinhalb mal die Population im aktuellen Jahr. Dann würde die Population also schrumpfen. Und dann wäre also das, was wir hier ausgangsbedacht haben, nur ein bestimmter Mechanismus von diesem allgemeinen Zusammenhang, den wir jetzt hier stehen haben. Viele andere Mechanismen sind biologisch vorstellbar, die auf dieselbe Gleichung führen. Wichtig ist also, dass wir diesen Zusammenhang haben, dass die Population im nächsten Jahr R mal die Population in diesem Jahr ist. So, und dann stellt sich jetzt die Frage, wie können wir diese Gleichung hier lösen? Zunächst mal, was heißt lösen? Lösen heißt, wir starten in einem Aushängsjahr. Und wir interessieren uns für ein beliebiges, weit entferntes Jahr. Das nächste Jahr können wir also mit dieser Gleichung hier sofort ausrechnen. Aber angenommen, wir starten in einem Jahr x0 und wir wollen die Population in einem Jahr xk haben. Die allgemeine Antwort auf diese Frage, die heißt Lösung. Und wie bekommen wir die? Ja, indem wir genau das machen, was wir hier eben auch schon gemacht haben. Also, die Population in einem Jahr xk ist nach dem, was wir gerade gesagt haben, R mal die Population im Jahr xk minus 1. Das ist aber dasselbe wie R mal R mal der Population im Jahr xk minus 2. Jetzt haben wir also nur das Ganze ineinander geschachtelt. Und so können wir uns runterhangeln. Aber jedes Jahr, in dem wir uns befinden, ist ja ein bestimmtes Jahr. Wir können uns zurückhangeln bis zu unserem Ausgangsjahr. Das heißt, irgendwann kommen wir hier an R mal R mal R und so weiter mal xk0. Das ist genau das, was hier steht. Und wie viele k brauchen wir? Um vom Jahr k runter zu ziehen bis zum Jahr 0, brauchen wir k mal R. Und wenn wir also hier k mal R mit sich selber multiplizieren, dann bekommen wir R hoch k. Und so kommt diese Gleichung hier zustande. Das ist unsere Lösung. Der Bestand unserer Population im Jahr xk ist gleich R hoch k mal x0. Also R hoch k mal der Größe unserer Ausgangspopulation. Das also ist der diskrete Fall. Und jetzt gibt es noch eine Möglichkeit, das Ganze in der Form einer Differenzialgleichung zu beschreiben. Dazu ein Wort der mathematischen Vorsicht. Es ist natürlich eigentlich so, die Populationsgröße ist eine diskrete Größe. Das heißt, die Funktion, die die Populationsgröße beschreibt, ist keine differenzierbare Funktion. Also das nur für diejenigen von Ihnen, die dieser Zusammenhang interessiert. Aber wenn wir eine sehr große Population haben, dann ist der Fehler, den wir machen, wenn wir zu einem stetigen Modell übergehen. Wo die Populationsgröße nicht mehr diskret ist, ein Individuum noch ein Individuum, sondern wir betrachten jetzt eine fließende Größe von Individuen. Die ist absolut gesehen dann nicht mehr ausschlaggebend. Das heißt, wenn die Populationsgröße sehr groß ist, dann machen wir nicht wirklich einen Fehler, indem wir zu einem stetigen Modell übergehen. Genauer gesagt zu einer differenzierbaren Funktion, die unsere Populationsgröße beschreibt. Und dann machen wir folgenden Ansatz. Wir lassen die Zeitintervalle, in denen wir unsere Population betrachten, immer kleiner werden. Also das heißt, wir haben hier die Größe unserer Population zu einem Zeitpunkt Xt plus Delta T. Und hier haben wir die Populationsgröße zu einem Zeitpunkt Xt. Und wir teilen das Ganze durch Delta T. Und was bekommen wir da jetzt? Wir bekommen jetzt eine Wachstumsrate. Das ist die Population zum späteren Zeitpunkt, zum früheren Zeitpunkt. Und das ist die Zeit, die verstrichen ist. Wenn wir also die Differenz dieser beiden Populationsgrößen durch die verstrichene Zeit teilen, dann bekommen wir eine Wachstumsrate. Und wenn wir dann die Zeit sehr klein werden lassen, also den Limes Delta T gegen Null laufen lassen, dann bekommen wir die sogenannte momentane Wachstumsrate. Oder mit anderen Worten, wir bekommen aus diesen Differenzenpotienten die Ableitung. Und die können wir also dann nutzen. Diese Ableitung beschreibt uns dann also die momentane Änderungsrate unserer Population. Und dann können wir also unser neues Modell hinschreiben. Das ist also dann von der Form dx nach dt, also die Änderung unserer Populationsgröße nach der Zeit. Das schreiben viele Leute auch Xt und dann mit so einem offenen Punkt. Das ist auch die Änderung nach der Zeit. Das ist dann also gleich Mx. M hatte ich noch nicht gesagt. Das ist also die momentane Änderungsrate. M für momentan. Das ist also unsere momentane Populationsgröße mal der momentanen Änderungsrate. Das ist also die Änderung unserer Populationsgröße. Und dafür wollen wir das Ganze auch wieder lösen. Das heißt, wir wollen wieder die Populationsgröße zu einer beliebigen Zeit angeben können. Da machen wir einen Ansatz mit einer Exponentialfunktion. Und zwar gehen wir aus von einer Populationsgröße X0 wieder am Anfang unserer Betrachtung. Und dann schreiben wir E hoch M mal T. Und ich behaupte, das ist jetzt eine Lösung. Das heißt, das hier ist eine... Was heißt das, dass das eine Lösung ist? Das hier ist ja eine gewöhnliche Differenzialgleichung. Die Änderung von X nach der Zeit ist also Mx. Und das hier ist eine Lösung. Das heißt, das ist eine Funktion, die diese Differenzialgleichung hier erfüllt. Und wir haben hier noch einen Anfangswert gegeben, nämlich unser X0. Und ja, wieso ist das hier eine Lösung? Also wenn wir hier mal T0 einsetzen, dann haben wir hier E hoch 0. Das ist 1. Dann kommt also hier X0 heraus. Das heißt also, für T0 haben wir unsere Ausgangspopulation. Das ist schon mal okay. Und wenn wir diese Lösung hier ableiten, dann ändert sich bekanntlich hier an der Exponentialfunktion nichts. Die Ableitung der Exponentialfunktion ist die Exponentialfunktion selber. Aber wir haben ja hier eine verkettete Funktion, denn wir haben ja hier im Exponenten noch etwas stehen. Diese Funktion Mt müssen wir natürlich ableiten. Wenn wir die ableiten, bekommen wir M. Das heißt, die Ableitung davon wäre, schreibe ich mal hier noch an die Seite, das wäre M mal E hoch Mt. Und an dieser Konstante X0 ändert sich natürlich nichts. Und das heißt also, diese Funktion, die wir jetzt hier als Lösung hingeschrieben haben, hat tatsächlich die Eigenschaft, die wir hier für die Differentialgleichung gefordert haben, dass ihre Ableitung gerade M mal X ist oder M mal diese Funktion ist. Und damit haben wir also diese beiden Formen von exponentiellen Wachstum oder diese beiden mathematischen Modelle für das exponentielle Wachstum kennengelernt und in beiden Fällen gesehen, wie man das Ganze löst, wie man also den Zustand des Systems zu einem beliebigen Zeitpunkt angibt. Und was wir jetzt in den nächsten Lektionen natürlich machen müssen, ist, wir müssen uns mit den Begrenzungen dieses Modells, also mit den Aussagebegrenzungen dieses Modells beschäftigen. Es ist natürlich so, dass dieses Modell nur eine erste Näherung an die Wirklichkeit sein kann, wie natürlich jedes Modell. Bei jedem Modell werden wir betrachten müssen, inwiefern beschreibt dieses Modell unsere Wirklichkeit und inwiefern tut es das nicht. Wenn wir hier das exponentielle Wachstum betrachten, dann ist es offensichtlich so, keine Population kann ewig lange exponentiell wachsen. Es würde sonst über alle Maßen wachsen. Was offensichtlich nicht sein kann. Es gibt ja diese Beispiele mit Bakterien, wo man ausrechnet, wenn diese Bakterien in so kurzer Zeit ihre Population verdoppeln, nach wie langer Zeit sind die Bakterien schwerer als die ganze Erde. Unsere Alltagserfahrungen lehrt und lehrt uns, dass das offensichtlich nicht passiert. Die Bakterien entwickeln sich nicht so, dass diese Bakterienpopulation so schwer wird wie die ganze Erde. Es sind also offensichtlich noch begrenzende Mechanismen, die wir hier auch berücksichtigen müssen. Das wird uns dann in einer der nächsten Lektionen auf das nächste Modell führen. Das wird also das Modell des logistischen Wachstums sein. Bis dahin vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen haben, gerne in die Kommentare und bis zum nächsten Mal.